Die Beleuchtung Die Beleuchtung Gebt mir jetzt diese Holodisks oder ich werde dafür sorgen, dass ihr sie mir gebt Was? Ich bin unbewaffnet! Ich bin nur ein Journalist! Also gut, ihr könnt die Holodisks haben Es gibt da nur ein kleines Problem Die Propaganda-Offiziere der Separatisten haben sie bereits Wenn ihr die Disks haben wollt, holt sie euch Bevor sie sie verteilen, sodass sie alle ansehen können Und ihr робungs два Und ihr habt haltet, dann leaning das Das dumbass Vielen Dank.